Hallo und willkommen bei FunkyTV. Mein Name ist DJ Funky bzw. Timo Werner. Ich bin DJ beim F&F DJ Team. Wir sind in Bremen und Umgebung unterwegs und freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sind heute hier im Hotel Landguthorn, ebenfalls in Bremen und feiern den schönsten Tag von Tanja und Andreas, denn die beiden haben sich heute das Ja-Wort gegeben und wollen mit uns feiern. Im Folgenden werde ich Ihnen ein bisschen die Location zeigen, wie es hier so aussieht und wie unsere Technik aufgebaut aussieht, also Licht- und Tontechnik. Wir haben hier heute ca. 50 Gäste und fahren deswegen nur ein kleines Ton- und Lichtpaket, was für diesen Saal aber vollständig ausreichend ist. Und im Weiteren werden Sie dann mit diesem Video auch einen kleinen Einblick in unsere musikalische Gestaltung des Abends bekommen. Sie werden hören, was für Songs wir spielen und wie wir sie spielen, also mit welchen Übergängen, ob mit Ammoderation oder nicht. Ja, und sollten Sie noch unentschlossen sein, ob Sie auch das F&F Team für Ihre Feier buchen wollen, dann hoffe ich, diese Folge FunkyTV hilft Ihnen dabei, sich zu entscheiden. Ja, und es bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als dranbleiben und viel Spaß! Ja, und es bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen. So liebe Gäste, einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Hallo, an dieser Stelle würde ich mich jetzt Ihnen eigentlich vorstellen, aber das hat jetzt ja nun der Bräutigam schon gemacht, deswegen kann ich das eigentlich weglassen. Jetzt würde ich Ihnen normalerweise sagen, dass Sie sich was wünschen können, das hat der Bräutigam aber auch schon gemacht. Ich weiß hier eigentlich gar nicht mal, was ich sagen soll. Kein Spaß beiseite. Also, wie Sie es schon gehört haben, schönen guten Abend, ich bin der Timo, ich mache heute die Musik. Sollten Sie irgendwelche Wünsche haben, sprechen Sie mich an oder Sie können, wenn Sie nicht mit mir sprechen wollen, kann ja sein, können Sie sich hier auch so kleine Zettelchen abholen und dann mir einfach ein paar Notizen drauf hinterlassen, vielleicht haben Sie auch ein paar mehr Wünsche, also schreiben Sie den einfach voll, wenn Sie wollen. So, ich hoffe Ihnen geht es allen gut, das Essen war wirklich super lecker, da möchte ich jetzt mal Danke Richtung Küche richten. Vielleicht einen kleinen Applaus. Schon laut, dass Sie das in der Küche auch hören, genau. Sehr lecker. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Tanzpart des Abends an und das findet natürlich traditionell mit einem Öffnungstanz statt, deswegen bitte ich einmal das Braubbad zu uns in die Mitte und die anderen Gäste stehen bitte auf und bilden einen Kreis um die Tanzfläche herum, bitte schön. Wenn Sie haben, können Sie jetzt auch ein Feuerzeug rausholen oder eine Feuerzeug-App oder so. Könnte romantisch werden, sag ich mal so. So, ihr beiden, ihr seid bereit? Ja. Dann kommt hier euer Song. Wirklich sehr schön anzusehen. Einen Applaus, bitteschön. So, liebe Gäste, ich hoffe, Sie haben gut zugeschaut, wie es gemacht wird. Die beiden haben es sich gerade jetzt vorgemacht, denn jetzt sind Sie dran. Ich habe hier den Auftrag, ein Lied zu spielen und Sie jetzt alle auf die Tanzfläche zu bitten. Auf Wunsch des Wortpaares, also es darf sich jetzt keiner hier in den Ecken verstecken. Kommen Sie alle zu uns. Nicht so schüchtern sein. Ja, das nenne ich an der genungene Eröffnung. Die Tanzfläche ist natürlich jetzt regulär für jedermal offen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß. So, toll. 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 Was ist das? Im In L cuidado mit der Shape of you Ja, 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 ja! Prägh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020